hallo und willkommen zu heikos drumless mein erstes video tatsächlich in meinem alter kann man das auch noch mal probieren genau ok weil es eben schon ein bisschen spät ist mit meinen videos alterstechnisch gesehen fange ich gleich mal mittendrin an mit einem schwierigen thema für viele das ist der double stroke roll der doppel schlagen wirbel genau ich zeige euch den bewegungsablauf das video wird vielleicht oder ich hoffe es wird einigen weiterhelfen die schwierigkeiten haben beim erlernen dieses wirbels und weil einfach viele fehler gemacht werden der bewegungsablauf ist oft nicht ganz richtig und das möchte ich einfach mal euch erklären heute und dazu nehme ich mir das übungspad darauf kann man es am besten dazu sagt später noch ein paar worte und wir fangen einfach gleich mal an gut da wird der roll bedeutet eben doppel schlag wirbel zwei schläge rechts zwei links als rechtshänder beginnt man gerne mit rechts mit links sollte man es auch probieren um die linke so ein bisschen zu schulen ok meine ich stelle mal das hat ein ganz bisschen zur seite hier so ok meine haltung die ich erlernt habe damals ist eigentlich die dass der handrücken nach oben zeigt der sogenannte match grip ist es eigentlich man kann ja auch traditionell das ganze spielen es gibt verschiedene haltungen es gibt leute die haben den daumen da oben drauf das ist nicht so mein ding muss ich sagen im swing right back technisch kann ich das auch oder wenn ich einen press wirbel spiele das hat aber eigentlich mit dem dammst und rollen nicht so viel zu tun dann passiert das auch aber der dammst und rollen ist in ein ganz gezielter wirbel aus zwei schlägen der aus zwei schlägen pro hand besteht so muss ich sagen okay also zwei schläge rechts zwei schläge links bewegungsablauf ist folgender handrücken nach oben hat noch viele andere vorteile komme ich später auch ganz kurz drauf und was passieren soll ist eben dass der erste schlag abprallt sozusagen also ein rebound das sollte dann im besten falle so funktionieren dass der stock einfach empor steigt empor genau mit links sollte das genauso funktionieren ich bin rechtshänder und sagt auch ganz klar mit links oder mit rechts bin ich wesentlich fitter als mit links man trainiert und übt und das schon seit 40 jahren in meinem falle trotzdem ist die rechte hand immer so ein bisschen voraus dass wir viele von euch kennen oder die für die rechthänder zumindest für die linkseller natürlich umgekehrt okay bewegungsablauf rechte hand mache ich mal mit der rechten erzeugt den schlag aus dem handgelenk das handgelenk ist ja so gemacht das ist eigentlich so gemacht vor allem ist so konstruiert dass man eben sich am besten so bewegen kann und nicht so würde ich jetzt mal sagen so die winke winke haltung und im prinzip passiert folgendes stick trifft auf finger gehen zur seite außer zeigefinger und daumen natürlich sonst fällt das ding runter und was passiert stock steigt empor es gibt noch einen englischen begriff für diese technik wobei wir noch nicht ganz ruhig sind da mit der technik das ist nämlich die open and closed technik die öffnen und schließ technik nenne ich jetzt mal so genau und prinzip soll eben sein wie gesagt dass hier eine art gelenk entsteht ich könnte jetzt was ganz fieses erzählen was ich manchmal im unterricht ja gut kindern erzähle ich das nicht aber ein bisschen älteren kann man schon mal so was erzählen von wegen der schraube hier durch unten gelenk und dann passt das ganze und da soll der stock sich bewegen wichtig ist eben wie gesagt dass man eigentlich auch die hand öffnet deshalb auch dieser begriff open and close technik die hand öffnen bedeutet eben ich schlage treffe auf ich mache versuche das mal ein zeitung zu machen ich treffe auf mit mittel ring und kleinen finger weg und der stock soll nach oben steigen das passiert wenn man ihn lässt beim schlagzeug spielen sollte man eigentlich den stock in vielen fällen sein willen lassen der macht ja immer so sachen die man eigentlich immer will aber in dem falle sollte man seinen willen lassen der will nach oben und das soll er auch ok und dann sieht das ganze so aus und mit der linken wie gesagt links ist natürlich immer so ein bisschen ein anderes gefühl immer noch wie gesagt für mich auch das kennen eben viele oder die meisten es gibt einige schlagzeuger die sind man weiß nicht ob die rechts oder linkshänder sind die sind sehr sehr fit beidseitig ok gut zweiter schlag der zwar oder der zweite schlag wird ihm erzeugt durch die finger so das heißt open and close technik öffnen und schließen was mache ich ich öffne meine hand beim abschlag sozusagen und schließe sie und wenn ich die jetzt schließe was passiert 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 nichts ok warum weil ich den stick in die gegen lente lenken gegen wie heißt das gegen richtung genau gegen richtung lenken muss so möbel wagen ok gegen richtung das heißt wenn ich auftreffe darf ich den stock nicht weiter zurück prallen lassen als so dass ich meine auch meinen kleinen finger dass ich mit dem kleinen finger auch noch den stock erreichen kann und den praktisch zurück werfen und dann passiert das und immer wenn eine kraft irgendwo auftrifft dann muss ich mich so ein bisschen zurück im sinne in den physikunterricht dann wirkt die wieder in die entgegengesetzte kraft wenn ich das jetzt richtig sage hoffe ich und das nutzt man da im aus das kann man ein bisschen vergleichen wenn man jetzt ein basketball nimmt und prägt den auf der kommt ja immer wieder da wenn ich hier gerade fläche habe dann kommt er immer wieder dahin zurück woher gekommen ist sozusagen nämlich von der hand und das ist hier eigentlich nichts anderes und da gibt es auch eine schöne übung die ich ja den schülern auch oft zeige das heißt wenn ich jetzt parallel arbeite und die linke soll sich das ein bisschen von der rechten abgucken guck mal dann kann das eben so aussehen ok und wichtig ist wie gesagt dass auch der kleine finger daran beteiligt ist dann denken wir so ein bisschen wieder ans hebel gesetzt wer am weitesten weg ist vom hebel hier hat eigentlich die meiste kraft also je länger der hebel ist desto mehr kraft kann man aufwenden das gilt auch in dem fall hier also der kleine finger sollte daran beteiligt sein man sieht immer wieder leute die spielen die wirbel mit abgestreizten finger vor allem kleinen finger oder den kleinen finger hauptsächlich das ist nicht unbedingt richtig weil der kleine hat eine ganze menge zu tun da hinten und kann eben das ganze noch besser machen indem er eben diese rückbewegung mit einleitet ok gut eine übung wie gesagt die wollte ich euch noch zeigen das ist die wenn ich jetzt mit meiner rechten hand einfach mal auf den linken stick hier schlage dann merkt ihr das soll passieren und im prinzip ist das die bewegung die beim ersten schlag passiert zack zack ok die verbindung natürlich zwischen den beiden schlägen also double strokes das ist wieder ein bisschen eine andere geschichte die dauert etwas länger man sollte erst mal ein bisschen das mit der haupthand probieren wichtig noch mal ich wiederhole mich leider ist dass diese achse hier ist und dass der stock nach oben fliegt habe ich den daumen da oben drauf dann fliegt er für mich zur seite es gibt leute die spielen den so ist nicht unbedingt meine technik funktioniert auch aber für mich ist eigentlich wichtig dass ich diese dass ich diese haltung habe ich kann auch beispielsweise dann schneller akzente setzen wenn ich jetzt auf dem hi hat ich mache mal ganz kurz hier auf dem hi hat und versuche mal das resultiert eigentlich immer aus dieser haltung hier ich kann sehr schnell von single strokes zu double strokes wechseln und ja das war im spiel eigentlich ständig also wenn ich wenn ich einen rock rhythmus spiele spielt eigentlich immer akzentuiert bedeutet eben wenn die hauptzählzeiten die zahl ist also reggae ist es eigentlich umgekehrt aber wenn ich so ein rock rhythmus spiele meine high hat bewegung die und ihr seht auch mein handgelenk bewegt sich eigentlich immer und ich spiele eigentlich selbst dass ich den da oben drauf habe gut presswirbel oder wenn ich jetzt mit links so ein presswirbel oder so einen ausgefadeten wirbel kann man natürlich auch anblenden auch gut was aber nicht sein soll wie gesagt wenn man jetzt den double stroke spielt und versucht den immer schon von vornherein zu pressen das heißt wenn ich wenn ich so spiele und ich weiß immer genau wie viel schläge ich mache ich weiß genau im rhythmus auch wie ich wo und wann ja beginnen muss weil ich das eben noten technisch genau sagen kann ich fange bei 4 und an und habe dann mein 5-Stroke roll und da wir dann die neue 1 ok gut wie gesagt man sollte den gezielt spielen können ja das ist einmal die geschichte und wie gesagt diese übung ist wichtig gutes ding und das war es schon fast ich möchte jetzt noch ein paar worte verlieren zu übungspads zu sticks auch und zwar ist es so dass wenn ich jetzt anfange auf das näher sowas zu üben das näher ist immer ja recht laut element am schlagzeug da sollte man da läuft man schnell bei weg weil es einfach zu laut ist es funktioniert nicht vernünftig wenn man es dann kann okay dann wendet man es gerne an aber anfangen zu üben darauf würde ich nicht unbedingt so ein pad vorziehen und zwar der vorteil ist eben man kann es im prinzip überall mit hinnehmen man muss sich nicht an schlagzeug setzen wenn man sich an nichts näher setzt das läuft man ganz schnell dabei weg und spielt irgendwas anderes was man schon kann und im endeffekt hat man eigentlich nichts gelernt in der zeit das ist immer das problem kenne ich selber von mir bei ganz ganz vielen sachen und man kann ganz ganz viele sachen auf dem übungspad üben abends im wohnzimmer von mir aus auf dem schreibtisch auf neben dem kartoffelschälen auf der arbeitsplatte von mir aus ich nehme das ding meistens abends noch mit rein ins wohnzimmer meine frau fernsehen ich tippe so ein bisschen rum und dann findet sie das gar nicht so toll aber ich muss ja üben nützt ja nichts okay dann wie gesagt akzente so in der art kann man alles auf dem übungs petten gut das ist wichtig da gibt es verschiedene ausführungen es gibt einmal so ein ding was man natürlich auf das näher legen kann da hat man so ein bisschen mit man kann zum teil hier das kann man auf dem stativ befestigen und kann es munter durch die wohnung klemmt dann gibt es noch so ein ding hier das ist schon uralt das kann man zum beispiel kann man sich hier so ins bein schnallen und kann dann munter im busbahn flugzeug u-boot keine ahnung kann man seine sitznachbarn so ein bisschen nerven oder auch begeistern das funktioniert auch dann gibt es noch hier so ein umgehen pad die sind eigentlich eher etwas für fortgeschrittene die im bewegung aber eigentlich schon ganz gut drauf haben die dazu dass man merkt dass man dass man merkt dass man auf jeden fall die finger auch mitnimmt das ist ganz ganz wichtig das ist das wichtigste überhaupt und bei so einem ding hier das teig ist weich das heißt da muss ich richtig kämpfen damit ich eben wie ich meine finger hier auch einsetzen und da lernt das auch und wenn ich auf so einen teilen jemand übel das kann man zum beispiel ein bisschen doch jetzt selbe effekt tut immer weh das ist richtig gespielt ok also das ist die geschichte und ja zu dem weichen noch mal eben es gibt auch eine eine übung fällt mir noch ein wenn ich jetzt versuche in den zweiten lauter zu machen als den ersten das musste ich früher doch strengen schlagzeuglehrer üben und wenn ich dann schneller werde dann soll es eigentlich so sein dass man die finger auf jeden fall mitnimmt und das dann eigentlich so ein gleichmäßiger teppich entsteht nämlich einfach mal so okay das war ein kurzes video mein erstes ich habe ich könnte mich mal auf meiner homepage besuchen da habe ich noch so ein paar infos zu sticks und pads und ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde als nächstes video mal versuchen wie man so einen double stroke in einen rhythmus einbaut da gibt es ja viele viele möglichkeiten hat am anfang mal gesehen was ich da gespielt habe das ist eigentlich völlig überladen gewesen überladen heißt band technisch nicht unbedingt anwendbar da würden die band kameraden dann ja wäre wohl nicht so begeistert davon weil es einfach zu zu viel ist der sänger kommt nicht zum singen weil der trommler da und rumwirbeln muss da also der war leicht verwirbelt aber als übung natürlich ganz nett okay das war's und ich möchte sagen auf wiedersehen bis zum nächsten mal